Einen schönen guten Tag! Schauen wir uns in diesem Tutorial an, wie Sie mit dem iTalk24 Online eine Sprachnachricht direkt hier vom iTalk24 per E-Mail versenden lassen können. Ich habe jetzt hier das iTalk-Aufnahmemodul noch gestartet aus dem letzten Tutorial und wir machen jetzt hier einfach eine zweite kurze Testaufnahme. Klicke wieder vorne auf Record Pause. Einen schönen guten Tag! Hier kommt eine Testnachricht mit dem iTalk24, die wir direkt per E-Mail versenden. Ich kann jetzt hier auch wieder auf Pause klicken, kann nochmal überlegen, möchte ich noch was erzählen und Sie sehen während der Aufnahme und auch während der Pause sehen wir unten links einen kleinen Ausschlag. Das heißt auch hier haben wir nochmal einen Pegel, wie gut die Nachricht hier aufgenommen wird von der Lautstärke. Also auch da können Sie nochmal einen Blick drauf werfen, dass auch der Ausschlag da ist, dass Ihr Mikrofon einwandfrei funktioniert. Dann beenden wir hier kurz die Testnachricht, klicken auf Stopp, dann ist diese Nachricht zu Ende. Wir könnten hier über Play uns diese Nachricht noch anhören, können das Anhören jederzeit über Stopp wieder beenden. Beachten Sie hier eine kurze Zeitverzögerung, wenn Sie auf den Stopp-Button klicken. Ja, die letzte Nachricht haben wir über den Nachrichten-Link versendet. Jetzt möchten wir hier die neue Nachricht über Versenden wegschicken. Achten Sie hier darauf, jetzt bleibt immer der Name und auch der Suchbegriff von Ihrer letzten Nachricht hier stehen. In dem Moment, wo Sie in das Feld reinklicken, wird das komplette Feld markiert. Wenn Sie das so stehen lassen möchten, springen Sie einfach mit der Maus oder dem Tabulator in das nächste Feld. Wenn aber der nächste Empfänger ein anderer ist, nehmen wir jetzt hier mal den Max-Muster und schreiben hier Text per Versenden. Dann können Sie also beides auch ändern. Aber Sie können diese Felder nur ändern bis zu dem Moment, wo Sie dann Nachrichten-Link versenden oder Timer anklicken. Denn dann wird es direkt ins Archiv übernommen und ist nicht mehr änderbar. Ja, jetzt möchten wir hier dem Max-Muster diese Nachricht direkt per E-Mail versenden lassen. Wir nehmen also hier den Button Versenden. In dem Moment kommt die Abfrage der E-Mail-Adresse. Wo sollen wir das Ganze hinschicken? Und da nehmen wir jetzt einmal meine Adresse. Die schicke ich mir jetzt selber zu. Sie können auch ein Semikolon eingeben und ein Leerzeichen und danach die nächste E-Mail-Adresse. Das heißt, Sie können auch hier die E-Mail an mehrere E-Mail-Adressen und somit auch an mehrere Personen versenden lassen. Ja, wenn alle Daten eingegeben sind, dann klicken wir hier unten auf Senden. Auch jetzt muss die Aufnahme erst umgewandelt werden in eine MP3-Datei und muss auf den Server hochgeladen werden. Das dauert einen Moment und dann kommt die Meldung. Die Nachricht wurde erfolgreich versendet. Diese Meldung können Sie mit einem Klick sofort wegmachen. Sie haben gesehen, es dauert zwei, drei Sekunden. Dann ist die Meldung verschwunden und schon können Sie wieder die nächste Aufnahme machen. Gleichzeitig sehen wir jetzt unten im Archiv die zweite Nachricht an Max Muster und wenn sie per E-Mail versendet wurde, dann steht auch immer die E-Mail-Adresse in Klammern dahinter. Wenn wir die komplett sehen möchten, ziehen wir einfach kurz die Maus auf das Feld und dann kriegen wir angezeigt, was hier komplett eingetragen ist. Und hinten sehen wir auch nochmal den Suchbegriff. Der ist jetzt hier komplett sichtbar, weil er diesmal nicht so lang eingetragen wurde. Auch hier haben wir natürlich die Möglichkeit, bevor wir den Button Versenden klicken oder auch noch, nachdem wir den Button Versenden geklickt haben, uns die Vorschau dieser Nachricht anzusehen und auch anzuhören. Das heißt, wir sehen die Nachricht genau so, wie sie der Empfänger bekommt und auch hört. Im nächsten Tutorial schauen wir uns dann noch den Versand per Timer an. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg von Gerald Fockenberg.